Oh man, das war knapp. Ja, da kommt der Bus. Der ist auch ganz schön flott unterwegs, du. Ja. Der fährt wenigstens am Tag mit funktionierenden Lichtern. Oh man, ich kann wenigstens jetzt mal die Führerscheinstelle zahlen. Ja, das wäre gut. Also der normale Führerschein kostet glaube ich 1.500 und der LKW-Führerschein später dann 6.500 glaube ich. Ja, ja, ja. LKW-Führerschein hole ich mir auch. Brauche ich ja für den Bus, ne. Und dann will ich mir ja später auch einen LKW kaufen. Womit kann man denn hier, sag ich mal, wenn man relativ neu auf der Insel ist? Womit kann man ungefährlich ein bisschen was Geld verdienen? Tatsächlich eigentlich Leben. Aber Transporter sind halt auffällig wie Sau. Okay. Ja. Also ich habe ziemlich oft Leben gemacht. Ich kriege so mit 80 Kapazität aus meinem Fahrzeug so 5.000 pro Tour raus. Das ist gar nicht so schlecht. Okay. Das klingt doch nicht schlecht. So. Ne, wie gesagt, ich wollte eigentlich zu den Medics, aber, ähm, ja, mit der Leitung bin ich nicht so ganz d'accord. Ich habe gestern den Herrn Doktor Professor Ragnarök kennenlernen dürfen. Oh Gott! Oh, gestoppt. Oh. Aussteigen, aussteigen. Aussteigen. Waffen in den Holster. Oh Gott. Hände hoch. Ihr wisst schon, dass ich gerade vor den Medics komme. Darf ich mich verbinden, bitte? Die Hände hoch jetzt. Sofort die Hände hoch, meine ich. Wie verbinden Sie schon? Du verbindest dich jetzt nicht. Du machst jetzt sofort deine Hände hoch. Ich mein's ernst. Und du auch. Oh Gott. Du machst deine Hände jetzt hoch. Das ist dein neuer Scheißerernst. Wir warten nicht mehr fahren. Feuil nicht rum oder ich gebe dir eine Kugel. Alter. Ich mache die Hände hoch. Und du machst jetzt auch deine Hände hoch. Ja, Hände sind oben. Hände sind oben. Ganz ruhig, Jungs. Muss keiner sterben heute. Das ist jetzt nicht ernst, Alter. Alles gut, Jungs. Bleibt ruhig. Es muss heute keiner verletzt werden. Keiner sterben. Wir kapitulieren. Gute Einstellung. So, verbindet mich jetzt. Danke. Lass ich jetzt kurz frei. Du gibst dir jetzt die Waffe, ja? Oh Mann. Gib mir mal die Waffe hier. Weißt du, ist man gerade mal ein paar Tage da. Ja, das ist jetzt halt so. Ja, hast du. Super. Wieder hin und hoch. Ich habe keine Waffe dabei. Ja. Habt ihr geladen? Äh, gar nichts. Ich habe den, äh, am Mann da nur von Freudenstedt zum Krankenhaus gefahren, da er schwer verletzt war und habe ihn dann wieder gerade retour bringen wollen. Okay. Kann ich hier verwehrvoll finden? Ich verblute hier, verdammt. Nein. Du fährst mit dem, ich verbinde. Ich mache es jetzt frei, ja? Ihr ruft keine, kaufst los dein Handy? Äh, mein Handy ist in der Hinternosentasche. Du stellst es einfach weg, ja? Ja. Gut. Darf ich mein Zeug dann gleich wieder aufsammeln? Und mich verbinden? Ja, das darfst du machen. Danke. Okay. Ähm, ähm, kannst du mir noch einen Gefallen tun? Ich gucke dann. Ähm, bitte den Rack rufen anonym zu meiner Position, weil du hast mir ja gerade mein Handy abgenommen und, ähm, ich brauche einen Abschleppwagen. Danke. Wer ist das jetzt? Lad den doch mal aus. Du wolltest ihn mitnehmen, oder was? Der ist ja Kernbehindert. Was machst du denn? Lass den doch draußen, Alter. Was ist denn mit dir falsch heute? So. Da war der Herr da. Ja. Alter. Steig da, steig. Macht mir Nähe. Ja. Ich brauche. Digga. Ey, ohne Scheiß, weißt du? Komm mal her, ich verbind dich. Ich habe mir ein Geschenk bekommen, ey. Das geht mir so hart auf die Nüsse. Alter. Muss ich mal verbinden. Ist jetzt nicht deren Ernst. Doch. Hoffentlich haben die den Rack gebraucht. Haben die dein Handy abgenommen? Weiß ich nicht. Nee. Dann rufen wir bitte den Rack. Ja. Ich verbinde dich weiter. Weil das Auto kriege ich da so nicht mehr runter. Was ist das hier für eine Brücke? Das ist die Autobahnbrücke A1. Oh oh. Was denn? Och. Brauchen Sie Hilfe? Ja, bitte. Irgend solche Halbaffen haben uns hier gerade überfallen, nachdem ihr von Medics kamen. Mich wiederverwundet. Ach, Moment mal. Das Video wird nämlich direkt gespeichert. Das war grob fahrlässig. Und das geht zum Zweifel.